UNTERTITELUNG Warum wollen Sie mit diesen Händen Klavier spielen? Ich hab keine Hand. Bringen Sie sie raus. Ich hab gesagt, nicht anfassen. Laufs hier! Wie kann es sein, dass sie hier landet? Wenn ihr das so ein großes Talent ausgerechnet hier landet? Damit befasse ich mich das. In Ihrem Brief fehlt das Wort Entschuldigung, es fehlt das Wort Bitte und Danke fehlt natürlich auch. Entschuldigung, bitte, danke. Ich denke, man muss den Mädel noch eine Chance geben. Und jetzt, dass Sie alle extra was kriegen und vor sich hin dudeln Tag ein Tag raus. Es gibt einen Wettbewerb für Nachwuchspianisten. Jeder, der noch nicht 21 Jahre alt ist, kann daran teilnehmen. Ich möchte, dass hier die Endrunde kommen. Was ich einen scheiß Knicks mache, ist alles, was Sie wollen. Was man für ihn einen Knicks macht, das werde ich nicht tun. Niemals. Sie müssen nicht unbedingt nach irgendeiner scheiß Art Wettbewerb. Was ist der Sinn, Janine vom Leben oder Jahrzehnte in einer Zelle zu versauern? Sie sollen die Schlauze alle machen! Nimm ihn schlüssel, ich muss ihn. Ich werde die Ausgangserlaubnis für Ihre Schülerin aufheben. Damit zerstört sie ein Leben. Wir werden nicht über Jennys Akte reden. Jetzt reden wir über Ihre Akte. Das habe ich doch einmal gesagt. Dass ich mich nicht für dich interessiere. Ich liebe einfach nur die Musik. Niemand gibt einfach nur die Musik. Ich liebe einfach nur dr�ie Musik. Ein weiterer Men